Das ist eine interessante Frage, was kostet ein Studium in Medina? Guck mal, es ist folgendermaßen, wenn du im Studentenwohnheim wohnst, ist das praktisch kostenlos für dich. Es wird alles von der Universität, du kriegst ein Stipendium und lebst da. Wenn du aber mit einer Frau dort wohnst, oder mit deiner Familie, dann wird es problematisch, weil da musst du Kindergarten bezahlen, Schule etc. und da brauchst du einen Sponsor. Wäre zum Beispiel gut, wenn man die Moschee... Normalerweise müsste jede Moschee einen Studenten versorgen, damit er zurückkommt und in den Islam verbreitet.